Das Jahr 2014 hat für den Wiener Wohnbauträger Syber erfolgreich begonnen. Das Wohnhausprojekt in Grünlage in Hetzendorf wurde im November letzten Jahres vollendet und bereits bei Fertigstellung waren 24 von 26 Wohnungen verkauft. Kein Wunder bei so einer Aussicht. Bei der Schlögelgasse 3 gab es von Anfang an ein klares Konzept, nämlich dass wir dort auf dieser Liegenschaft eine klassische Anlegerwohnungen bauen werden. Wir haben dort 26 Wohnungen gebaut, alle eigentlich durchgehend oder fast alle durchgehend zwischen 40 und 50 Quadratmeter Nutzfläche. Es ist bei jeder Wohnung irgendeine Freifläche dabei, sprich entweder Balkon oder Terrasse oder ein Gartenanteil. Und es ist uns auch gelungen, die Kaufpreise netto rund um 3.000 Euro zu halten, sodass der Endpreis der Wohnung netto ca. 130.000 bis 150.000 Euro war. Das sind ideale Voraussetzungen für die Anschaffung einer Anlegerwohnung. Denn trotz einem Rückgang der Renditen ist die Nachfrage weiterhin sehr groß. Es ist das Entscheidende bei den Anlegerwohnungen, man muss eine qualitativ hochstehende Ausstattung natürlich liefern. Es muss aber umgekehrt ja auch sehr zweckmäßig sein. Also das heißt, zum Standard gehört natürlich mittlerweile ein Parkettboden und all diese Dinge. Und zum Standard gehören auch Kellerabteil, Fahrradabstellraum und Tiefgarage mit 29 Pkw-Stellplätzen. Es ist uns aber dort vor allem gelungen, dass es optisch und auch architektonisch das Haus sehr gut gelungen ist. Denn sehr selten erlebe ich in den letzten Jahren, dass es keine Anrainereinsprüche gibt und wir sogar von den Anrainern Lob erhalten haben, ob dieses Hauses. Das ist wirklich sehr selten. Grund genug, ein zweites Projekt in der Schlögelgasse in Angriff zu nehmen. Wir haben die Liegenschaft eben jetzt gerade erst angekauft. Also der ganze Planungsprozess ist jetzt im Laufen, wobei wir da die Dinge nicht neu erfinden müssen, sondern ein sehr ähnliches Konzept und ähnliche Planung umsetzen werden. Wir werden so schnell wie möglich einreichen, hoffen, dass wir so schnell wie möglich eine Baubewilligung erhalten. Ich gehe einmal davon aus, die Anrainer sind keine anderen, dass das genauso wieder funktionieren wird. Und dann werden wir schauen, dass wir das im Beginn 2015 mit dem Bau beginnen können und wir hätten vorher eine Fertigstellung dann im Jahr 2016. So wird die Schlögelgasse vier bis sechs bald aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen und hoffentlich genauso erfolgreich angenommen wie ihr gegenüber. zu einem Dornröschenschlaf erwachen. ı Musik